Die Deutschen Gär um den WM 5. Christopher Linke haben bei der Leichtathletik-GM in Berlin die erhoffte Medaille über 20 Kilometer verfehlt. Beim Sieg des Spaniers Alvaro Martin nach 1.20 Stunden erreichte linkes Potsdamer Klub-Kollege Nils Brembach 1.21 Uhr als bester DLV-Starter den guten fünften Platz. Ich bin sprachlos. Das Rennen war nicht einfach. Ich bin super zufrieden, sagte Brembach im ZDF. Hagen-Pohle ebenfalls. Potsdam wurde 8.21 Uhr. Der hochgehandelte Linke kam nicht über Platz 13 1.22 Uhr hinaus. Ich kann nicht sagen, was los war. Ich wollte unbedingt eine Medaille gewinnen, sagte Linke. Ich hatte hinten raus keine Kraft, nachdem ich lange Zeit der Tempomacher für alle war. Bundestrainer hat Mitleid mit Linke. Bundestrainer Ronald Weigl meinte, es lief lange alles gut für Christopher. Aber als die anderen nach 15 Kilometern angetreten sind, konnte er nicht mitgehen. Das war nicht sein Tag heute. Das tut mir leid. Er wollte mehr. Hinter Martin sicherte sich dessen Landsmann Diego Garcia Carrera Silber. 1.20 Uhr Bronze ging an den als neutraler Athlet angetretenen Russen Vassil I. Misino. 1.20 Uhr. Damit müssen die deutschen Wehr weiter auf die erste EM-Medaille seit 28 Jahren warten. Damals hatten in Split die DDR-Athleten Bernd Gummelt und Hartwig Gauder Silber und Bronze über 50 Kilometer geholt. Die letzte 20-Kilometer-Medaille liegt sogar noch weiter zurück. 1978 in Prag siegte Roland Wieser für die DDR, Gold für Spanien auch bei den Frauen. Auch bei den Frauen ging der Titel an Spanien. Maria Pérez siegte mit Meisterschaftsrekord von 1.26 Uhr vor der Tschech in Anetzka Drahotova 1.27 Uhr und Maria Palmisamo aus Italien 1.27 Uhr. Als beste Deutsche kam Emilia Lehmeyer, Berlin, auf Platz 14, 1.32 Uhr. Ich bin voll und ganz zufrieden, sagte Lehmeyer. Saskia Feige belegte Platz 16, Teresa Jurek, beide Potsdam, Platz 20. Vor dem für 9.05 Uhr geplanten Start des Frauenrennens in Berlin hatte es einigen Trubel gegeben. Nachdem an einem Goli Gasgeruch aufgefallen war, musste der Beginn verschoben werden. Die Berliner Feuerwehr rückte an, diese gab erst nach umfangreichen Untersuch Jutschen Entwarnung und die Strecke frei. Nach einiger Wartezeit gingen die Männer schließlich gemeinsam mit den Frauen auf die Strecke. Die Mädels haben cool und entspannt reagiert, sie haben es ganz gut gemeistert, sagte Bundestrainer Weigl im ZDF. Punkt. Auf dem nur einen Kilometer langen Rundkurs gab es im deutlich vergrößerten Feld vor allem bei den Überrundungen häufiger Gedränge. Die Beteiligung ist eine sehr guteile Wartezeit, sie haben es ganz gut vergrößert. Die Beteiligung ist ein wirklich vergrößer. Die Beteiligung ist ein wirklich vergrößer, sie haben es wirklich vergrößert. Wobei der Beteiligung ist ein wirklich vergrößter, sie haben wir in den Überrundungen häufiger die fuckin.